Wenn Sie Ihre Terrasse überdachen möchten, dann achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Dach die entsprechenden einschlägigen Anforderungen erfüllt. Da ist zum Beispiel zu nennen die DIN EN 1090. Das ist eine Norm, die sicherstellt, dass die Dachkonstruktion den statischen Erfordernissen genügt. Nicht nur, dass die statische Berechnung nach Eurocode beispielsweise erfolgt ist, sondern auch, dass erforderliche Stahlkonsolen zur Befestigung biegelsteife Ecken etc. berechnet und auch fachgerecht geschweißt wurden. Darüber hinaus bieten wir natürlich für die Produkte in Kombination mit der Terrassenüberdachung auch weitere Zertifikate an, hinsichtlich Schalldämmung beispielsweise, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren Anforderungen genügt. Achten Sie bei Ihrer Terrassenüberdachung darauf, dass diese entsprechenden Zertifikate auch vom Hersteller beigelegt werden können, weil nur so können Sie sicherstellen, dass Sie am Ende des Tages auch die Baugenehmigungen für Ihr Projekt bekommen. Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Terrassenüberdachung erhalten, sprechen Sie Ihren Quality Partner vor Ort an.